Schönen guten Tag, hier ist der Tobi von Session. Ich zeige euch heute ein paar Becken aus der Peister Roots Serie. Ihr habt es schon ganz kurz gehört, die Peister Roots Serie. Ich habe heute nur die Neuheiten für euch von oder aus dieser Serie. Und zwar gehen wir ganz kurz durch. Ich fange hier an. Ein 18 Zoll Becher, Crashbecken würde ich mal sagen. Wir haben hier ein recht dickes Becken, es ist ja bekannt aus der Roots Serie, dadurch auch einen sehr hohen Sound, sehr durchdringend und ordentlich laut. Also eigentlich gemacht für die Hard-Hitter, da kommt man auch gegen eine fette Gitarrenwand gut an. Dann hier zwei Add-Ons würde ich mal sagen. Shredbells in 12 und in 14 Zoll. Man sieht auch hier, die haben eine sehr eigene Bauart. Auch recht fest und dick. Klingt so ein bisschen wie eine Beckenglocke, mehr oder weniger. Und für so Einwürfe ist es schon sehr cool auf jeden Fall. Hier haben wir einen Becher in 20 Zoll, also gleiches wie das. Ja, ich würde es als Crash-Ride einordnen. Es ist schon recht pingig, hat sehr durchdringende Glocke und ja auch recht stabil, wie man sieht. Aber trotzdem lässt es sich auch gut uncrashen. Und hier haben wir noch ein kleines China in 14 Zoll. Ich muss gerade nochmal spicken, Plast China, so nennen sie es. Genau. Auch das ist schön dick, schön laut. Selbst für die kleine Größe. Dazu habe ich hier eine Sound Edge Hi-Hat in 14 Zoll. Die gibt es eigentlich schon länger. Aber eine Hi-Hat sollte man ja auch schon dazu haben. Die ganzen Becken sind aus B8-Porse gefertigt. Auch bekannt bei Peiste und der 2002-Porse, weil da die bekannten 2002-Becken draus gemacht sind. Also B8 bedeutet in dem Fall oder überhaupt, wir haben einen achtprozentigen Anteil vom Zinn im Kupfer. Was da noch mit reingemischt ist, ist natürlich immer geheim. Aber das so als Grundvoraussetzung. Gut, von der Hemmung her sieht man, deutliche Hämmerschläge überall auf jedem Becken. Wie das jetzt genau die Technik ist, kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall für alle Knüppler unter uns sollten da mal ein Auge drauf werfen. Und ich würde jetzt sagen, genug geschwätzt, jetzt wird gespielt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.